Liebe Freunde, ich bin's, euer Jo. Ich bin hier heute in der Hellental-Klamm. Hier neben mir ist der Eingang. Ich befinde mich jetzt gerade in der Hellen-Klamm-Eingangshütte und esse hier was und trinke hier eine Kleinigkeit. Wir sind hier übrigens in 1.45 Meter Höhe und hinter mir seht ihr einen wunderschönen Wasserfall. Geht Zeit hierher übrigens sogar eine Stunde ab Amersbach. Man sollte gutes Schuhwerk anhaben und es geht doch relativ steil bergauf. Aber es ist machbar. Also mit einer normalen Kondition kann man es durchaus packen. Gut, tschüss!